Hey Freunde, freut mich mega, dass ihr eingeschaltet habt und Freunde, gestern kam eine Reaction online, also ein Reaction Video auf eine Siren Head Minecraft Animation und falls ihr die noch nicht gesehen habt, dann müsst ihr erstmal dieses Video anschauen, also den ersten Teil und das hier Freunde ist jetzt der zweite Teil. Freunde, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, also macht bei der Glocke einen Ding Dong, das würde mich ganz doll freuen und so verpasst ihr dann auch keine Videos mehr, wenn ich Videos hochlade und gebt dem Video einen Daumen nach oben und jetzt würde ich sagen, wir starten direkt mit dem Video, Freunde, das war gestern so, so spannend, warte und los geht's, Freunde. Ja, also gestern, da war ja der Siren Head, der hat die ganze Schule kaputt gemacht und den Widderskelett hat er aufgegessen, jetzt bin ich gespannt auf die Fortsetzung, ja. Freunde, ihr habt alle in die Kommentare geschrieben, dass ich unbedingt einen zweiten Teil machen soll, also die Fortsetzung auch gucken soll und das machen wir jetzt deswegen, weil ich bin auch wirklich gespannt, wie es weitergeht, so. Der Zombie ist, glaube ich, aufgewacht. Wohin geht der? Oh, oh, alleine würde ich nirgendwo rausgehen, ey. Gar keine gute Idee. Hm, jetzt bin ich gespannt. Was hat der wohl vor? Oh. Oh, oh. Oh, was ist das? Vielleicht ein Tier oder so? Oh, ein Hase. Cool. Hm, was macht der jetzt wohl? Oh, oh. Es wird mega windig. Gruselig. Aber warum geht der denn alleine irgendwo hin? Hat der irgendwas gesehen oder sowas? Oh, ein Haus. Wow. Okay. Jetzt bin ich gespannt, wer wohnt da wohl? Nicht, dass die Granny da wohnt, ey. Oh. Oh, Freunde, ich wusste das wirklich nicht. Ich hab einfach geraten, ey. Oh, Mann, ey. Erst Siren Head und jetzt auch noch die Granny. Oh. Was? Was ist das für ein Buch? Oh, oh. Die Granny ist hinter dem. Oh. 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 Oh, wow! Oh, oh! Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut! Lass, Zombie! Nein! Nicht Augen für dergleichen! Wow! Letzte Sekunde, ey! Freunde, jetzt schreibt wieder in die Kommentare Hashtag Ehrenmann Der Zombieschwein ist ein Ehrenmann Oh, der Fernseher Nachrichten Hä? Die Gwenny hat wohl eine Waffe geklaut? Oder? Wow, das ist wohl ein Einbruch von der Gwenny. Die hat eine OP-Waffe geklaut. Wow. Das heißt doch, diese Waffe muss jetzt in diesem Haus sein, oder? Aber das ist nicht die Kettensäge. Oh, ist da die Waffe? Nö. Und ich glaube dann auch, mit dieser Waffe werden die dann Siren Head besiegen, oder? Also ich hoffe es doch. Und ich hoffe, die kriegen den Wither-Skelett wieder zurück. Oh, eine Etage nach oben. Dachgeschoss. Oh. Gut, dass der Zombiespein hinterhergegangen ist, ey. Sonst hätten wir nicht nur den Wither-Skelett verloren, sondern noch den Zombie. Das wäre gar nicht gut. Oh, ein Schließfach. Ein Spind, also. Verschlossen. Oh oh, die brauchen den Schlüssel. Aber, oh, ich glaube kein Problem für den Zombieschwein. Und, Achtung, und wow. Aufgekommen. Oh. Ja. Wow. Hihi. Oh oh. Hä? Oh. Nein. Das FBI. Oh oh. FBI auf dem Weg. Oh. Hihi. Hä? Oh. Gar nicht gut. Nein. Oh Mann. Jetzt denken die, dass die zwei die Pistole geklaut haben. Oh oh. Haben die die jetzt mitgenommen? Oh. Die klauen das Panzerauto. Wow. Was für eine Action, Freunde. Wie cool das einfach ist. So ein richtig cooler Minecraft-Film. Oh oh. Wow. Oh. Oh. Oh oh. Gar nicht gut. Warum lebt die denn noch? Ich bin so gespannt, wie es weitergeht, Freunde. Wow. Nein. Niemals, oder? Oh oh. Nein. Oh Gott. Freunde. Das wird gar nicht gut enden. Alle aufwachen. Oh oh. 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 Hihi. Wie die immer gucken, Freunde. Aber jetzt fehlt... Wow. Was? Oh oh. Und? Warte mal. Oh. Was? Jetzt... Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh oh. Aber wo sind jetzt... Zombieschwein und Zombie? Team Zombie. Wo seid ihr? Da sind die? Oh oh. Oh yeah. Wow. Auf ihn. Oh oh. Munition leer. Nein. Oh oh. Oh oh. Oh. Was? Oh. Zum Glück. Ich dachte schon, ey. Oh oh. Was machen die? Oh. Die Gwenny. Stopp mal. Ist die jetzt lieb oder böse? Warte. Was? Und? Wow. Alter. Was war das denn jetzt? Da war der Skelett. Wo war da? Liebte er? Nein. Oh oh. Die Gwenny. Warte mal. Was? Nein. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Und? Oh oh. Plump. Warte mal. Oh. Los. Rettet den. Gib den einen goldenen Apfel oder sowas. Hier. Nimm ein paar Kekse. Nimm. Oh. Eine Heilungspotion. Oh. Und? Ja. Der Ruderskelett lebt. Mit dem Mathe-Test, Freunde. Der hat die ganze Zeit den Mathe-Test in der Hand. Und? Äh. Ja. Oh Mann, Freunde. Was war da? Eine 1 plus hat er bekommen. Die Gwenny ist tot. Der Sionette ist tot. Und allem geht's gut, Freunde. Zum Glück. Freunde. Diese Animation, also dieser Film, war wirklich mega cool. Leute, falls ihr noch mehr von solchen Minecraft-Animationen sehen wollt, also von Monster-Schule, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Kommentiert, welches Video ich noch reagieren soll. Also, welches Video wir noch zusammen angucken müssen. Und dann machten wir das gerne zusammen. Und Freunde, abonnieren und die Glocke aktivieren. Also, bei der Glocke ein Ding Dong machen. Und dann sehen wir uns morgen hoffentlich wieder, Freunde. Also, schaltet morgen unbedingt ein. Das würde mich super toll. Äh. fröhlich machen und bis morgen und tschüss, Freunde. Musik